Hallo! 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 Was machst du da oder? Oh! Nein. Mal gut das, was ich hier unten habe. Guck mal, wo die ist. Welche noch? Das mache ich doch schon. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ich ziehe die Schuhe sogar aus. Dann kann ich meine dreckigen Füße wenigstens sauber machen. Das kann ich ja fünfmal geschafft. Die Mache ist Pfuk. Das ist eine Sprache. Ja, die kommt. Er wird die Schraubenkau. Geht aber auch ganz gut, ne? Schön machst du das. Komm, ich muss mal sagen, komm holen. Komm, Benni. Mal. Papa. Miii. Miii. Nein. Au. Super. So. 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 Tschüss. Tschüss. So, jetzt bin ich gleich bereit zum Haareschneid. Gib mal. Was gehört? Was gehört, hast du gesagt, Paul? Hey, hast du gehört, hast du gesagt, Paul? Ja, ich darf laufen. Jetzt bin ich gleich bereit zum Haareschneiden. Ja, machen wir gleich. Weil die zu kurz sind, zu lang sind. Zu kurz. Ach so, die sind länger schneiden oder was? Ja. Ich denke, du hast einen Aufkraftradierer. Was geht auch? Alles geht, wenn man will. Wo ein Wille ist, ist es auch ein Weg. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Sieht aber mal, wie gut das passiert. Ja. Oh, Nenni. Nenni. Ab. Ja, ab. Ja. Pass bloß auf, nicht, dass es hier so wie Roxander geht. Wenn die einmal loslust, dann lässt sie die Lade eh los. Weißt du, mit Roxanne, wo auch Benni Böschung runtergezogen hat, da hinten, im Mittelland-Kanal. Ach, wo war am Kanal, Leute? Ja, ja. Wupfer, auf einmal Roxanne weg. Oh, ja, weg war's. Hatte aber Tapper Fiskal in die Leine. Hier, hier. Ja, das war auch nicht. Schnell da, ja. Fingerwächter an der Schnur. Das kann sehr brenzlig werden. Ich muss dann, Benni, komm! Oh, Mia. Oh, Mia. Oh, come here. Mia. Oh, Mia. Oh, Mia. Oh, wow. Oh, Mia. so stark ist er auch ja der hund gehörten hier aber und das gerne mit den gassi gehen das ist nicht so einfach mit benny er denkt der sau was ist los hier weiß was er sucht ein knorren den er verbuddelt hat damals wo du im garten warst du weißt doch wo er liegen ja den hat doch schon wieder ausgebuddelt aufgefressen ja jetzt reicht das ja und da haben auch so genau ja